Ein kleines Tier sorgt für große Aufregung. Bambi-Verleihung 2011 in Wiesbaden und das Dorint Palace ist das offizielle Bambi-Hotel. Stars und Sternchen gaben sich einstellig ein. Herzlich begrüßt von Hoteldirektor Stefan Sandmann und seinem Team. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017